hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen genshin impact video heute mit einer weiteren versteckten errungenschaft unter wunder der welt sie heißt annas abenteuer hilf anna eine abenteurerin zu werden ja klingt schon mal sehr vielversprechend es ist tatsächlich eine errungenschaft die ich erst vor kurzem freigeschaltet habe und die auch wirklich verzwickt ist und zwar müsst ihr erst mal eure täglichen aufträge auf mondstadt setzen sonst könnt ihr diese errungenschaft niemals bekommen denn sie hängt mit täglichen aufträgen und ich sage ihr bewusst mehr zahl zusammen und ja und zwar folgendes ihr müsst erst mal den auftrag wundermedizin abschließen und zwar nicht einmal sondern dreimal tägliche auftrag in mondstadt dreimal abschließen wundermedizin dann könnt ihr beim nächsten oder ab dem nächsten täglichen reset den auftrag langersehnte heilung bekommen den müsst ihr mindestens einmal abgeschlossen haben dann bekommt ihr mit etwas glück ab dem nächsten tag die abenteuer prüfung kampf taktik müsst ihr ebenfalls abschließen ab dem nächsten täglichen reset müsst ihr dann die abenteuer prüfung die kunst des abenteuers abschließen ab dem nächsten täglichen reset müsst ihr abenteuer prüfung der abflug abschließen und hierbei ist es tatsächlich ganz wichtig ihr werdet innerhalb des auftrags von anna ein paar fragen gestellt bekommen und die müssen zwingend richtig beantwortet werden keine sorge sie sind ultra einfach zu beantworten also ich stelle euch so fragen wie ist das ein schwert oder ein windgleiter und ihr müsst ein windgleiter sagen so ungefähr also die kann man eigentlich gar nicht falsch beantworten und wenn ihr die richtig beantwortet habt könnt ihr dann ab dem nächsten tag anna die abenteuerin bekommen die den täglichen auftrag und wenn ihr den abschließt dann bekommt ihr das achievement anna die abenteuerin ich weiß das klingt jetzt so als hätte ich euch gerade gesagt wie man auf spanisch einen dämon beschwört so ungefähr weil ich jetzt einfach nur fragt was zum teufel ja es sind insgesamt drei vier fünf sechs sieben acht aufträge die ihr abschließen müsst um dieses achievement zu bekommen ihr müsst acht tägliche aufträge in mondstadt machen um diese errungenschaft zu bekommen es ist absoluter wahnsinn ich weiß nicht was man sich dabei denkt als entwickler aber es ist leider die realität ich wiederhole es nochmal ihr müsst dreimal wundermedizin abschließen dann könnt ihr langer sehnte heilung abschließen dann könnt ihr abenteuer prüfung kampftaktik abschließen dann könnt ihr abenteuer prüfung die kunst des abenteuers abschließen dann könnt ihr abenteuer prüfung der abflug abschließen und müsst innerhalb dieses auftrags der abflug zwingend alle fragen richtig beantworten und dann könnt ihr anna die abenteuerin abschließen und dann bekommt ihr die errungenschaft natürlich zwischen jedem abschließen und ist immer täglicher reset und wenn ihr pech habt bei manchen aufträgen bekommt ihr nicht direkt wieder das heißt es beinhaltet manchmal sogar mehrere tägliche resets also mir jetzt keine ahnung paar wochen gedauert bis ich das alles fertig hatte und ja ich weiß nicht wieso das so ist ich kann euch nur sagen viel glück dabei und im endeffekt die einzige quest die euch wirklich merken müsst ist abenteurer prüfung der abflug beziehungsweise wenn anna anfängt euch fragen zu stellen innerhalb einer tag eines täglichen auftrages dass ihr euch daran erinnert okay diese fragen muss jetzt richtig beantworten sonst kriegt das achievement niemals das einzige was ich merken müsst bei anderen aufträge schließen sich quasi von alleine ab das heißt oder halt ihr könnt nichts falsch machen bei den anderen aufträgen also da ist es relativ egal aber wie gesagt bei abenteurer prüfung der abflug ist es wichtig dass die fragen richtig beantwortet werden damit ihr eben die errungenschaft bekommen könnt und das war annas abenteuer hilf anna eine abenteuerin zu werden ich sage danke euch fürs zuschauen schaut auf jeden fall in der video beschreibung in der errungenschafts playlist vorbei dort habe ich videos zu vielen anderen errungenschaften von fontaine von genshin impact von mondstadt und so weiter alles zusammen in einer playlist wenn ihr da hilfe braucht schaut auf jeden fall mal vorbei und ansonsten sage ich euch danke für das einschalten und ich hoffe wir sehen uns im nächsten genshin impact video wieder bis dahin haut rein und tschau tschau